ja hallo zusammen der chris hier von den konsumenprofis wieder am start heute von den telltate machen die aktuelle staffel the walking dead neuland episode 1 verpflichtende bande teil 1 alxavier und seine familie unvermittelt einer anderen gruppe begegnen kommt es zu einem missverständnis das schnell außer kontrolle gerät ich würde sagen wir dann das ganze mal und viel spaß bei episode 1 es 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 Geh über hier. Okay, ich werde... Ich werde mich aufstehen. Jetzt, Javi, du musst schnell gehen. Schau, ich bin nicht zu dir, okay? Ich bin nur... Du warst nicht hier, wenn Dad war, okay? Ich verstehe, aber du musst hier, wenn er geht. Ich weiß. Okay, ich bin auf meine Weg. David! David, hey! Hey, David. Ich musste mich auf meine Auto, es ist, 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 es ist. Er ist tot. Nein, nein, ich... 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 Ich habe es... Du bist ein Schuss, du wißt du das? Eine Zeit? Ein Zeitpunkt, die sich da hier zu sein, dass du hier brauchst! Look, look, I understand you're angry, but please... Angry? Oh, I'm more than angry, Javi. Everyone's here. They've been here for days, and where the fuck were you? We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes, and he's searching the room. Donde esta Javier? Donde esta mi hijo? Uncle. I'm there, right beside him, holding his hand, like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all have to make sacrifices? I'm sorry. Okay? David, Jesus, I... Sorry isn't bringing him back. You selfish fuck. Uncle Javi? Why are you fighting? I can hear you from inside. What's going on? We were just talking, Gabriel. Right. Your uncle and I are just having a little chat. Go inside me home. We'll be in in a minute. Go on. It's okay. Inside. I should call someone. Pick up the body. Yeah. I love you, little brother. You know that, right? With everything going on... I know. I know. I know. I know. I know. You think I was jealous of you. No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. Because we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. I know. You're right. I won't even argue. I'll be around more. Honestly. You can count on it, huh? I want to believe that. I do. Javi. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Thank you. Let's go inside. Your mom needs you. What happened? Come on. Ja, der Zusammenhalt ist wichtig. In so einer beschissenen Zeit. Mama. Where were you? I tried. I tried. I'm so sorry. He's gone, mijo. He's gone. He's in a better place, Mama. No, I'm not lying. Joel Hector's taking care of it. What are the plans for the funeral? David made arrangements with your father before he passed. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Bipo's awake. So walking dead, and you, Frongium. So walking dead, and you, Frongium. You're right. What's the problem? Rafa? How... Papa, Papa, calmate, soy yo, David. Estás en tu casa, calmate. ¿Qué estás haciendo? Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Mama. Oh, my God. Oh, my God. No, no. Heide, se me. No, my God. You're okay, Ma. I think her mum got hurt. We need to get her to the hospital. Let me look at her. Let me look at her. Gabriela, wo ist deine Frau? Geist! Wo sind die Geist? Geist das Auto. Geist sind auf der Dach. Mama, holen die Kinder. In der Krankenhäuser. Geist nicht die Straße. Es ist blockiert. Ich bringe die Bahn. Wo ist Mari? Ich weiß nicht. Mariana! Wir müssen gehen. Yaya ist hart. Komm schon, wir müssen gehen. Nein, nein, nein! 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 Es ist okay. Die Krankenhäuser. Ich weiß die Weg. Nein! Nein! Oh nein! Ich bin froh. Ich bin froh. Mann, wir müssen gehen. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe wiederkommen. Ich habe noch nie so viele gesehen. Ja. Es sieht aus, dass die Hüte ein bisschen steigt. Ich dachte, dass es in den Südwesten geht, aber ich bin noch nicht sicher. Es wäre nicht anzuhalten. Es wäre nicht anzuhalten. Es wäre sicherlich schön, zu stoppen. Wir sind schon lange auf dem Weg. Ich weiß nicht. Es fühlt sich riesig. Nicht, wenn wir es irgendwo sicher finden. Wir werden es herausfinden. Wir machen es immer. Hey. Ich werde einen Schmuck nehmen. Ich kann nicht glauben, dass du Weed gefunden hast. Bist du das? Bist du, dass ich ihn drehe? Ja. 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 Okay. Sure. Wir stellenen einen tollen Beispiel. Nein. Ich habe mich nicht verletzt. Wenn ich weiß, dass David hat Kinder, ich sagte ihm, dass ich nicht verletzt bin. Ich bin das nicht wirklich so. Ich bin der Teil von ihnen. Ich bin der Teil von ihnen. Und als er hat er Ich bin nicht genau das Material von Stepmother. Case in point. Er war überzeugt, aber ich konnte wissen, dass er mich überrascht hat. Ich wusste, dass er mich versucht, um mich zu verändern. Oder zumindest, dass ich mich um die Kinder zu verändern würde. Ich glaube, es hat er gemacht. Hast du ihn? Hast du ihn? Ich denke mir das oft. Ich bin ehrlich, nicht sicher. Ich habe immer gesagt, dass alle die Mütze, die immer weiterentwickeln, um ihre Kinder zu werden, zu sein. Gabe hat mich angefangen, zu denken, dass sie einen Punkt hatten. Seine Mütze sind einfach... Ich weiß nicht. 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 Obviamente. Das ist nur eine Phase. Er hat sich angefangen, um ein bisschen geändert. Ich bin sicher, dass er einfach durch eine Phase ist. Emotional? Das ist gut. Ich liebe diese Kinder. Aber ich könnte das nicht machen, Ich habe Gabe, erinnert mich, dass ich nicht seine Mutter sein, wenn er schmerzt ist. Er ist ein Teenager. Puberte. Hormones. Oh, ja. Als man die Boner beginnt, der ganze Welt beginnt zu schmerzen. Was sagst du? Es klingt leidisch, als wenn man mit Blöden schmerzt hat. Gott. Ich muss mich schmerzen. Der Blick. Ja. Dann sind wir schon mal zwei, ne? Sorry, über das. Komm schon, Kate. Du weißt, dass wir das nicht können. Wer sagte, dass ich mit dir geschehen habe? Was ist das Geräusch? Das ist gross. Schlaf, Ida. Hey. Mariana. Mariana. Shouldn't you be, uh, sleeping? Or something? I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh, my God. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. Uh… Will you stop? Come on. We're gonna stop. We're gonna stop. I don't mind. Oh, come on. Brauchst du Zeit für dich? Just some gas and move up from there. Hey, where are you going? Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. It doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us, but we're stuck with them, so at least you have your headphones. Yeah, but the batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. Ich wünschte, ich könnte abschalten. Well, when you put it that way, I wish I had a pair too. You can borrow mine if you want. I might just have to do that. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you can find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. So. Sehen wir uns das mal an. Hey, any luck, kiddo? I need a pen. Or a pencil. Just something to write with. A pen? Why are you looking for that? There's just something I really want. I really need to do. And I need a pen for it. Last night, I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. I used to hate it. But then I realized I don't remember the ending. It was this goofy ending she thought was so funny and I thought was so dumb. I want to write down everything I can remember about everything. Because if I forget and they're all gone, I'm kind of gone too. At least a little bit. I just think that might be kind of important. Maybe. You're better off leaving the past where it is. Otherwise, you never stop looking backwards. Looks a whole lot better than what's in front of us. I'll help. In a minute. Oh, that's gross. Okay. Now I'm sorry I did that. Leider nicht. Gucken wir mal hier weiter. Kate. Sprechen wir mal mit Kate. Ja, du hast recht. You're right. We'd be totally fucked. No doubt about it. There's going to be a last one, you know. A last tank of gas. Last piece of food. What if this place is empty? And the next. And the next. We're not going to let that happen. Okay? Okay. I let it have its five minutes. I'm good. Tires, paint cans. Old newspaper. All that's left in this junkyard is... Junk. Nothing up there but garbage. Okay. Some sort of fuel tank. Too risky to search up there. Doesn't look stable. Ja, dann klettern wir erstmal hier hoch, ne? Looks like there's more to see up here. Och, ich probier's auch. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe? Stay close to Javi. Got it? All right. All right. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Ja, Leute. Was in dem Krankenwagen ist, schauen wir mal in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Über ein Abo würden wir uns natürlich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.